Das ist die Klimakiste Marke Eigenbau. Das ist eine Klimakiste, außer eine normale OSB-Platte. Dann kommt eine Isolation, damit die klimatischen Temperaturverhältnissen stimmen. Dann haben wir eine Isolierfolie mit Weichfaser, damit sich die Luftfeuchtigkeit ausgleichen kann. Als Schutz haben wir die PE-Schumfolie. Die Ausstellung geht über einen Rhein von Louis Blauler, wo die nächste Zeit auf Baden-Baden an eine Sonderausstellung geht. Und ich habe jetzt hier die Objekte zu rahmen. Sie sind passperturiert und transportgerecht zu machen. Es ist mehr als bei der Sammlung. Bei uns im Museum haben wir 45 ausgewählte Objekte gezogen. Da geht jetzt die ganze Sammlung, also sprich von den 80 Bildern von der Rheinreise, die der Blauler gemacht hat. 76 sind in unserer Sammlung und die gehen jetzt auf Baden-Baden. *** *** *** Was? 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 Untertitelung des ZDF, 2020